...Männer-Doppel-Zwei mit der Führung für das Team aus Großbritannien vor Gießen und Hamburg mit Mario und Henry Runge. Aber auch knapp dahinter noch die Renngemeinschaft aus Münster und Konstanz, Joscha, Feder und Merlin Schmid. Die versuchen hier noch einmal anzugreifen im Blick auf das B-Finale, aber der Vorsprung von Weber und Henry Runge ist zu groß. Das wird nichts mehr werden. Auf den vierten Platz Richtung Ziel kommen Wiebe Wenstra und Steven Hacker.